Was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich hab das Rätsel gelöst, zumindest von der Eigenkarte. Ich hab nur ein anderes Problem. Ich kann mich nicht mehr richtig steuern. Jetzt gemacht. Ich weiß nicht wie genau, aber irgendwie hat das Spiel das geschafft, das Pausenmenü zu öffnen und geöffnet zu lassen, aber ohne dass ich das Pausenmenü steuern kann. Was bedeutet, dass ich mich auch im Spiel nicht umgucken kann, weil die Maus trotzdem denkt, das sind Tausendmeter. Ich kann nur noch BASD und die Tasten und so alles benutzen und es funktioniert alles, aber ich kann mich nicht mehr umgucken und ja. Ja, du bist gerade unter Wasser. So steht's gleich. Warte, 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 warte. Hier sieht's irgendwie nach Land aus. Ja, du bist im Busch, oder? Ich hab ihn mal einfach gekistet. Ich hab' nicht mehr nehmen. Ich hab' gesagt, ich kann halt ähm ... Ja, jetzt die ganzen Befehle und so machen kann ich nicht, weil ich kann nicht sehen, wo ich hinlaufe, weil ich praktisch nur auf den Boden gucke. Und ja, okay, das ist natürlich blöd. Und wenn du jetzt gehst, dann äh ... Genau. Deswegen bin ich bislang, bin ich bisher noch nicht gegangen. Okay, du hast also nur diese eine Notiz. Okay. Was hast du jetzt, was hast du da gemacht? Also, genau. Ähm ... Das war bei der einen ... Ähm ... Äh, die erste, die, die, die ... Früher Echo da wandelt war. Inzwischen haben wir, glaube ich, noch ein, zwei mehr bekommen. Und ... ja ... Ähm ... Also, erstmal müsste man oben ... Äh, hast ja diese Holzbrücke da gesehen, ne? Ja ... Das war dieser, äh ... Planken ... Diese wackelige Plankenpfad oder so, oder Plankengang, von dem gesprochen war. Mhm. Die Brücke. Und auf der Brücke musstest du stehen und ein Lied spielen. Und dann kam der nächste Hinweis, da musstest du dich im Grunde zu der Frau begeben, die Leiche. Und die, bei der die Laterne erleuchten lassen. Und dann hattest du den letzten Hinweis, dass du dich von dadurch nach Nordwesten begeben musst. Und das war, ging dann in die Höhle rein und ... Von dort, von dann nicht genau, bis zehn Schritte weiter, war ... ... dieser Schatz vergraben. Ah, ja. Also, müsste das eigentlich gewesen sein. Also, die Notiz dürfte dann ja dementsprechend endlich auch weg sein. ... Ich bin so schnell. Ich bin so schnell. Oh, das war's. Ich bin so schnell. Ja. vielleicht ist das gar nicht so schlecht dass ich sterbe ich habe vom schiff wieder bewegen ich konnte dann ich glaube kann ja auch noch aus jetzt geht es los ja jetzt hier wirklich los wieder da wir können wir können auch machen ich bin bereit dann das der sie mir zu geben ja ganz 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 ich bin ja im süden ist quasi ein schiff aber Aber das wollte uns dann mal egal sein. Ja. Wo war ich denn auch besser? Der war ja blöd, dass wir das mit dem einen Rätsel nicht geschafft haben. Was war ich denn überhaupt nicht? Naja, der Westen ist noch nicht der Westen. Der hat Richtung Nordwesten, wenn ich es so nicht richtig sehe. Naja, wir fahren jetzt Richtung Westen. Aber ich kann auch Nordwesten fahren. Ja, wir fahren nur wie das andere Schiff. Der hat etwas, was wir da haben. Das heißt, wir fahren praktisch im Halbweg, wie ich sie sehr berichtet. Das ist entscheidend. Ja, da fahre ich. Ei, 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 ei. Oh, da ist, oh Gott. Apropos oder was? Nein, nein. Das war ein ganz größerer Stream. Oh, Gott. Okay, das kommt ja weg. Also, dann. Aber es sieht anders aus. Es ist aber auch, wie es mit dem Ding wird. Ja. Ein Uraktion zum anderen. Ein Uraktion zum anderen Uraktion, naja herrlich. Ah ne, warte, warte, warte. Ich hab ihn. Ah, ja, wie geht der? Jo. Ich hab ihn. Ja, oh Gott. Ui, ja gut. Da vorne ist er. Ich feine da eh. Ne, der findet er unten. Wurden andere Schiffe hinter der Insel wahrscheinlich. Was spricht hier alles aus? Mein Gott. Ich gehe mal kurz zur Karte. Komm, wir gehen mal zu dem Outpost, der da hinten ist. Auch der andere Schiffe da ist, aber mir ist mal egal. Wenn der so weitermacht, können wir den gleich mit abbieben. Ja, Ruhe war aber hier im Outpost. Bleibweiler. 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 Moment. Mal einschlagen. 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 Wie gehts? Oh, der Lava. Ach, der spricht mit uns. Das kannst du auch schreiben. Dann soll's auch sehen. Hallo Mann! We are... We don't want to fight. Alter! Hallo! Hallo! Machst du mit ihm? Dann... ...einzuparken. Was hat die für einen Aldi? Das frage ich mir auch gerade. Ach nein. Das ist allfache. 1. Es geht einfach nicht. Esах west! eingeparkt das geht dann nur dass wir selber klauen wo ist er denn nach vorne ist aus jetzt bin ich mir nur zum außenposten bringt die schädel du kannst die kisten ja machen die kisten aber gar nicht das stimmt die kisten aber ja noch Könntest du die gerade verkaufen? Ja, ja, bei dem Norden der Seelen-Orden. Ich war gerade falsch. Taverne? Du meinst ja eine Taverne. Ja, ne. Ach, klar, genau. Oh, madame. Es geht in Deutsch oder was? Äh, die wohnen nochmal, nochmal die E-Nodes. Wo wir hier hin müssen. Was macht er hier? Ja. Ja. Au! Ja, ne, ist böse. Das ist das Arschlo, ey. Naja. Das war ein anderer, ne? War nicht dieser Tumor. Naja, war ein anderer. Das ist nur ein Schiff, das heißt, das ist dasselbe Kuh. Boah. Gödeln, ey. Hi, life. Hey. Hi. Da geraten, unser Schiff geht unter. Hooray. Der Schiff ist hinter. Der Schiff ist noch da, ist gut. Hart mit vermelkten Teufelspflanzen aufnehmen. Wenigz. Alter, die leuchten, diese... Sorry, my friend. Sorry. Who's water for a planta? Aber sagt man, it's all white im Englischen, ne? Wenn es okay ist. Ja. Okay. Wer ist Wasser für die Pflanze? Da sagt man, wo kann ich die abgeben? Gegenstand bei Sailric of Brines Bazaar. Brines Bazaar mit dem Englischen. Ich sehe hier nix. Weil das können wir wieder mitnehmen. Wir kommen bei Pflanzen-TV. Ihr Erfolg zum grünen Daumen. Auch wenn es gar nicht so ausschaut. Kann man kein Wasser geben, ey? Hier haben wir genug. Was denn, Deck ist jetzt hier? Ach so, das... Ach, können wir ja mit dem Früger haben. Ist denn so? Ja, ich habe noch mehr. Ja, ich habe noch mehr chillen. Ach so, da oben. Ach, da oben muss man die abgeben. Okay. Ich habe ihn nicht gesehen. Wir Piraten-Bazaar. Mit Elijah sprechen. Ah, ein anderer starker Piraten. Warte, haben wir den schönes. Ja. Der Plan da passt. Hast du 10 Euro? Was ist denn dafür? Wissen wir nicht. Gibt ein Kerkerhund. Schiffkollektion, kündigliche Rache. Auf jeden Fall. Weiter. Ach so, ich will die Küste vergraben. Ja. Einfach damit du mal vom Schiff weggehst. So, ja. Weiß noch irgendwas offen? Ja. Oh, Leute. Da könnt ihr die Truhe finden. Ach, können wir weitermachen, Programm. In dir schönes. Ich will aber auch vertrauen, dass der Papa gar nicht wegfliegt. Und wenn wir den da hoch. Ich sehe, dass meine Reputation mir vorliegt. Keep on climbing. That's social ladder. Ja, 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 ja. Verdammt. Der ist geladen, der ist geladen. Ich will ja, dass sie die Dreizeit nicht genommen haben. Ja. Ja, die anderen. Ach so. Die haben wir eigentlich nichts von uns weggenommen. Gar nichts. Das wundert mich halt. Oder einer von denen irgendwie hat uns, äh, ja. Ja. Äh, stimmt das nochmal noch? Ach so, das hast du ja... Nee. Doch, das haben wir ja gemacht hier, ne? Wie sagt er, wie sagt er das noch? Ja. Oder war das doch nicht, äh, Schatz? Ja. 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 Das ist ein anderer, ne? Äh, das ist ein... Ja. Den haben wir noch gar nicht. Nee, fallen wir den noch gar nicht. Gehschritte gehen Norden und du hast den Schatz gerafft. Aber das war ja, wo wir grad waren. Hm, ich mein, da wo wir grad waren, da sind ja praktisch auch noch, ähm... Ja, dann, äh... Der hier. Den gibt's noch da. Ja, der war... Genau, der war... Was? Und? Dann haben wir auch noch genau so den hier. Ach du Scheiße. Auch noch da. Auf derselben. Wegen. Das sind drei Sachen, die wir halt auf dem... Überwollen, ne? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Den hatten wir. Sehen. Ja. Das ist natürlich... Kartenbandel aufnehmen. Yes. Ich weiß, ich mach gar nichts. Irgendwie kann man den nur auf dem Tisch platzieren, dann werden sie ein Dimensionsminimit. Um Kartenaufgaben kompetentieren. Keine Ahnung, was das bedeutet. Cape für mehr. Warum es Cape für mehr? Es Cape, da rufe ich dir Dinge ins auf. Hä? Bis wir uns Inventar näher fahrten können von einer Handelskomponion aus und aus verkauft werden. Das ist nett. Ach, die schießen in die Luft. Ob ich noch Feuer habe? Auf jeden Fall wieder ablegen. Komm, zum Abschluss machen wir nochmal... Also für die zum Abschluss. Können wir ja mal ein Feuerwerk machen. Das können ich nicht. Um. Ja. Oh-oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh-oh. Ja. ja leider hat sie gerade verschockt mhm wahrscheinlich selber irgendwo vorher auch noch ja ja ich habe nur schuss gehört deswegen zwei augen bei dir auch ja das sind die leuchtfeuer also die kleine so ich echt weit ja wollen wir noch mal wieder hier rüber schauen wir können mal von einer seite anlegen obwohl es ja vorher wo wir waren auch nicht schlecht war weil wir nur noch eins natürlich natürlich nicht ich dachte wohl kam der wieder aus ich habe nur gesehen dass die die sonne da scheint wo sind wir denn jetzt wir sind die 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 Nein, ich hab's. Jetzt. Ach na, wenn man so einbaut wäre. Ich hab's. Ich hab's.